Ja hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir dem Aquapainter aka Auli und zwar zum Video Nummer 54. Ja hier zeige ich dir die neuesten Videos was ich so mache Woche für Woche was ich an meiner Steampunk Modellbahnanlage baue und Spur N aber auch Spur Z ich erwähne es ja jedes Mal und was ich da an technischen Dingen mache, was ich am Geländebau baue, wie die einzelnen Fortschritte sind meine lieben Abonnenten werden es natürlich wissen was ich alles so mache aber ich denke doch auch dass vielleicht ein paar neue Zuschauer dazu kommen abonnieren nicht vergessen und die Glocke klicken das ist ja Pflichthinweis mittlerweile und aber vielleicht mal dazu ich sitze heute in einer ungewöhnlichen Perspektive oder Position ich sitze also oder ich stehe nicht vor meiner Modellanlage hier übrigens sitze ich unter dem neuen Teil ihr wisst ja Folge 50 und was da vorkam und aber auch vor meiner Bergbank da gibt man das auch mal sieht hier mache ich die ganzen Detailvideos wenn ich irgendwas baue wenn ich irgendwas mache auch im heutigen Video werde ich einige Sachen hier drin oder drunter besser bauen und das mache ich also von dieser Position aus beziehungsweise von der Bergbank aus vielleicht mal dazu zum Thema von heutigen Video ich zeige euch den Fabrik Teil 3 das heißt den Fabrik Teil den ich eingebaut habe was ich dazu alles gemacht habe was ich alles angeschlossen habe die Lampen sind angeschlossen das Nachtdesign steht so weit aber auch viele Details es fehlen aber noch viele Details das kommt natürlich im vierten Teil dann das heißt da werde ich noch einiges so reinbringen was so wirklich ins Detail geht so kleine Deko Elemente und was da mir alles so einfällt oder was man so alles reinbaut was ihr wahrscheinlich alles selber auch macht und das kommt natürlich im nächsten Teil das möchte ich euch da zeigen und in der nächsten Woche will ich mal ein bisschen wieder auf technische Sachen eingehen das heißt da will ich mal schauen was ich mit meinen versprochenen Logvideos mache und so weiter und so fort das machen wir aber nächste Woche ich denke mal heute konzentrieren wir uns erstmal auf das heutige Video ich freue mich auf jeden Fall dass ihr da dabei seid und dann würde ich sagen an dieser Stelle ich schwenke rum einmal nach da zu meiner wo ich alles aufgesetzt habe und nachher zur Anlage wo ich alles eingebaut habe dann wünsche ich euch viel Spaß und dann wünsche ich euch viel Spaß und dann wünsche euch alles auf jeden Fall Amen. 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 Amen.